willkommen zu einer neuen session minecraft so was können wir jetzt eigentlich noch tun eigentlich gar nicht mehr so viel wir haben noch wenig wenig stein und das so oft zu stoppen ich glaube wir haben aber etwas im ofen noch ach ja und wir können uns noch ein paar märchen holen damit vielleicht noch schweine mitkriegen und diesen auf diesen verdammten kamin am zug müssten wir auch noch machen vielleicht sollten wir das gleich als erstes beginnen hörst du auf ich bin mir gerade ein wenig unschlüssig so geht das eigentlich ich bin mir dann noch nicht sicher wir lassen es erst mal so und massenhaft steine kommen jetzt in unserem besitz dann können wir erde eigentlich gleich noch ablegen ja es war nicht die erste ich weiß klack 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 dumme blümchen haben wir auch das brauchen wir auch nicht was machen wir denn jetzt mit drei stacks stein komme ich nicht wirklich so weit da müssen wir wohl erst mal wieder was holen hier aus der tiefe wie machen wir das jetzt am klügsten schweini da guckst du komm mir bloß nicht in die quere boi ich wollte schon sagen wir haben keine spitzhacken mehr das hätte sich jetzt richtig gelohnt andererseits mit einer einzigen kommen wir auch nicht wirklich weit dieser scheiß ziel cleaner schule vergessen vielleicht habe ich ja glück und das sieht man in der aufnahme nicht theoretisch dürfte es ja nicht passieren und das spiel wird ja abgefilmt und kein prozess der sich dann in den vordergrund spielt auch keine ahnung es wird müster und da gibt es auch noch hoch sehe ich gerade da kommen wir aber gerade nicht hin wie bin ich denn vorher hier hoch gekommen und da gibt es auch noch hoch sehe ich gerade also hier hoch sehe ich gerade ja 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 da ist cool naja da ist cool ja ja das ist cool So, die Spitzhackel ist bald kaputt, aber noch können wir ein bisschen was abbauen. So, die Spitzhackel ist bald kaputt. So, die Spitzhackel ist bald kaputt. Okay, das ist jetzt ein wenig gefährlich. Oh, das Eisen hole ich mir noch. Okay, das wohl nicht mehr. Aber das könnten wir uns noch holen. Oh, Kohle. Ähm, warum? Waren da jetzt Wolken? Habe ich irgendwas getötet? Wo? 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 Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich hoffe, das sind Schweine, die da lang gehen. Warum? Wir können mit dem Schwert hier vollständige Sternen kaputt machen. Ich habe mich noch einen anderen Ausgang. und das sieht nie so aus ach man schau mal das ok ich möchte ich wissen was das war was uns angegriffen hat ich glaube solche wesen sollten eigentlich nur in den bergen und ruinen sporen oder nicht auch wenn ich keine ahnung ob wir die gerade heißen ich muss da auf jeden fall noch mal hin hallo so wir brauchen noch ein paar stickies holzbretter haben wir momentan nicht so was können wir denn noch ablegen den schneeball und den faden brauchen wir nicht zack zack das eisen auch nicht ich muss gucken ob das wieder wieder spawnt wenn wir weiter abbauen oder das ist doch so weit unten er ist nicht war jetzt gut mr creeper sucht da oder ich glaube das von creeper ach man die lämmer die lämmer so dass man das gelöst ich will doch nur schlafen jetzt hätten wir die nacht aber nutzen können um zu gucken ob man die lava sehen würde ich hoffe das war der vom haus hier nicht dass er ein freund hatte sieht gut aus ok wo war denn das jetzt genau hier ok 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 können die sich einfach wegbeamen oder was soll das steckt jetzt in dem stein drin interessant ja da will ich nicht unbedingt runter dekomme jetzt nach 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 hier nach nach sind keine Ich habe eigentlich hofft, wir sind hier vielleicht über eine Burg dann, aber... Nö, scheinbar nicht Dann gibt es hier wieder mal ein Folgenpoesien-Spitzer Ich bedanke mich Bis dann